Hallo, mein Name ist Chantal Eckel. Fragt ihr euch manchmal, wie ihr aus euren Kundendaten mehr rausholen könnt? Oder wie ihr verfügbare Informationen nutzen könnt, um eure Produkte besser zu platzieren? Und wollt ihr wissen, ob das auch trotz mangelnder Datenqualität verteilten Daten und unterschiedlicher Software gelingen kann? Das 360-Grad-Customer-Profile der Fujitsu zusammen mit ihrem Partner DigitAll ist eine umfassende Lösung, die eure Kundendaten für einheitlich darstellt. Anstatt für einfache Auswertungen in unterschiedlichen Systemen nach euren Kundendaten zu suchen, um diese dann mit Excel zusammenzuführen, könnt ihr mit unserer Lösung alle Informationen auf einen Blick betrachten. So könnt ihr eure Kunden nicht nur aus Abteilungssicht, sondern aus allen Perspektiven eures Unternehmens erfassen. Ganz gleich, ob es sich dabei um vereinheitlichte Kundenstammdaten, Marketing-Responses, Social Media, Produktpräferenzen oder Angebots- und Bestandsdaten handelt. Mit dem 360-Grad-Customer-Profile starten wir klein und können dann den Umfang frei skalieren. Anfangs nutzen wir dafür drei Datenquellen aus eurem Unternehmen, das ERP-System, CRM-System und ein weiteres und erstellen dann eine gemeinsame Datengrundlage. Dabei analysieren und harmonisieren wir die Daten, um sie auf eure Anforderungen anzupassen. Gemeinsam erarbeiten wir als nächstes den Aufbau eures Kundenprofils und definieren Schwerpunkte, die für euch hinsichtlich eurer Kunden relevant sind. Und nachdem wir eure Key-User zur Nutzung des Power BI-Profils geschult haben, könnt ihr loslegen. Schnell werdet ihr Feedback und Erweiterungswünsche erhalten. Mit unserer Lösung ist das kein Problem, denn weitere Datenquellen können wir immer flexibel anbinden und das Kundenprofil weiter zu schärfen. Das 360-Grad-Customer-Profile ist ein erster Schritt, um die Kundeninformation nicht nur im Unternehmen zu sammeln, sondern aktiv zu nutzen, um eure Kunden zukünftig noch besser und gezielter anzusprechen. Probiert es aus!